Hallöchen Freunde und Willkommen zu einer kleinen Nebenserie von Mountain Blade 2 Bannerlord. Und zwar, ihr wisst ja, ich spiele auch eine Privatkampagne und da habe ich in letzter Zeit angefangen, einfach mal meine größeren Schlachten aufzunehmen, wo ich mir dachte, hm, die könnten interessant werden und die möchte ich euch als kleines Nebenhäppchen servieren, komplett ohne Kommentar, einfach so, wie ich sie erlebe und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit und habt schon so einen kleinen Sneak Peek, wo es bei unserer Kampagne im LP hingehen könnte. Viel Spaß! Follow me! Follow me! Wow! Wow! Das war's für heute. Stay close! Move! Charge! Follow me! Follow me! You may be right down if you don't like it! Yeah, but maybe before this goes!' That says I wanna send you... So keep going, this isn't okay! Cause that's 9.00m! He's working on me! I launch off finish it! Okay. Charge! Ja, we won!